Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen zu einer Vorstellung eines Werkes von Uwe Fehrmann, welches er nicht ohne Augenzwinkern erstellt hat. Reishaftige, ja richtig appetitmachende Pfirsiche bewerben sich um ihre Kunst, um ihre Aufmerksamkeit. Der Titel Casting ist hier wirklich Programm. Das Spannende bei diesem Werk ist nicht nur die fotorealistische Darstellung der Pfirsiche, sondern auch die Illusion, die Uwe Fehrmann vermittelt, indem er den Eindruck zeigt, dass dieses Werk auf Holzplatte gemalt wäre. Wenn man aber genauer auf die Struktur schaut, sieht man, dass er mittels Ölmalerei hier sehr virtuos eben diese Illusion künstlich erzeugt hat. Im Hintergrund erahnen wir die Ausschnitte von Zeitungen, Zeitschriften oder vielleicht auch Illustrierten. Ich lade Sie auf jeden Fall ganz herzlich ein, dieses Werk gleich noch aus der Nähe zu erkunden. Wie immer an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, Sie können dieses Werk selbstverständlich nach Terminabsparung auch bei uns persönlich in der Galerie besichtigen. Rufen Sie uns dazu an, schreiben Sie uns E-Mails oder schreiben Sie uns einfach im Chat, der hier unten links oder unten rechts zu finden ist, je nachdem, worüber Sie dieses Werk gerade betrachten. In jedem Fall denken Sie daran, wir machen Wunsch. Wir machen Wunsch. Wir machen Wunsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020